Jo Freunde der Dankessagungen, ich habe dieses Video vor zwei Tagen eigentlich schon auf Alkuchen hochgeladen. Allerdings haben mir dann einige Influencer und meine Zuschauer gesagt, Bro, dieses Video musst du auf KuchenTV machen. Spiel den selben Song nochmal, alles klar, den selben Song und los. Und dieses Video war sogar in den Trends. Einfach KuchenTV in den Trends vor GTA 6, was geht hier eigentlich? Für die Leute, die das Video schon auf dem Kanal gesehen haben, ich habe das jetzt natürlich nochmal überarbeitet und ein paar mehr Informationen reingetan, denn mir sind noch einige Sachen eingefallen, die ich da gar nicht erwähnt habe. In diesem Video möchte ich nämlich einfach mal ein riesen Dankeschön an meine Community und vor allem auch an Monte geben. Auf dieses Thema bin ich vor einigen Monaten gekommen, als ich mal wieder keine Recherche in meine Videos stecken wollte und auf Twitter nach abgestürzten YouTubern gefragt habe. Einer hat dann unter anderem KuchenTV geschrieben und nachdem ich diese Reaktion hier gezeigt habe, hat mich aber jemand gerettet und hat meine Social Blade Statistik gepostet. Und da war ich natürlich glücklich, denn zu der Zeit ging das schon wieder nach oben. Und nur so nebenbei, guckt doch mal mein neues abgestützte YouTuber Video. Warum haben das denn so wenig gesehen? Ey, ich habe extra sexistische Witze eingebaut. Ach, ja, auf geht's. Ich habe hier meine Hose ausgezogen. Aha, ja. Und jetzt muss ich noch meine Unterhose ausziehen. Hier könnt ihr sehen. Okay. In dem Moment, als ich diesen Post gesehen habe, ist mir aber so klar geworden, boah, krass, was du dir da wieder aufgebaut hast, nachdem du dir alles kaputt gemacht hast. Wie ihr wisst, hatte ich Ende 2021 den wahrscheinlich größten Skandal in YouTube-Deutschland. Also zumindest ist er auf jeden Fall in den Top 3. Und während davor alles super gelaufen ist, war ich danach. Wirklich kurz davor, alles, was ich mir jemals im Leben aufgebaut habe, komplett zu verlieren. Im Nachhinein denke ich mir halt auch selber so... Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennen keine Grenzen? Denn nach dem Skandal ging es logischerweise wirklich steil bergab. Alleine auf KuchenTV habe ich in zweieinhalb Jahren ungefähr 180.000 Abonnenten verloren. Es war schon ein Running Gag, wann denn endlich mein 1-Million-Abonnenten-Special kommt. Dann hatte ich natürlich zu der Zeit auch logischerweise überhaupt keine Placements mehr. Mal abgesehen davon, dass ich vorher einen langfristigen Vertrag mit Just Legends hatte, sind mir auch vier, fünf andere Placements durch die Lappen gegangen. Wir sind bei unserem Podcast auch sofort aus der Vermarktung rausgeflogen und niemand wollte mehr irgendwas mit mir zu tun haben. Das war aber bei weitem nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass natürlich meine Klicks und meine Reichweite mit der Zeit immer weiter runtergegangen ist. So habe ich zum Beispiel im Februar 2023 ein Kuchentalks zu Aggressionsproblemen hochgeladen. Und das war Realtalk, das erste Kuchentalk seit über acht Jahren, welches nicht die 100.000 Aufrufe erreicht hat. Also jetzt im Nachhinein dann irgendwann schon, aber es hat wirklich extrem lange gedauert. Natürlich kann man jetzt auch sagen, gut, das ist jetzt nicht das spannendste Thema, aber auch nicht so spannende Themen auf meinem Kanal haben immer mindestens die 100.000 oder mehr erreicht. Vor meinem Skandal war es beispielsweise auch so, dass meine Videos innerhalb von einer Stunde so 50.000 bis 70.000 Aufrufe erreicht hatten. In der schlimmsten Zeit nach meinem Skandal waren es noch so 10.000 bis 15.000. Das muss man sich mal überlegen. Und damit einhergehend kamen natürlich auch finanzielle Probleme, die mich fast alles gekostet hätten. Denn klugerweise hatte ich mir im gleichen Jahr auch ein neues Haus gekauft. Und wie ihr mich natürlich kennt, habe ich mich nicht mit den Standardsachen zufrieden gegeben, sondern da komplett reingehauen. Eine teure Küche, eine Whirlpool-Badewanne, abgehangte Decken und zum Elektriker habe ich gesagt, Bro, mach einmal alles bitte. Ich wollte mir halt nicht so nach zwei Jahren sagen, Ich würde gern drin wohnen. Wirklich? Nö. Und ich muss sagen, der Red Flag von mir ist, dass ich einfach Luxus liebe. Also ich hole mir auch unnötig teure Hotelzimmer, selbst wenn ich da wirklich nur zum Schlafen bin, einfach weil ich das cool finde. Zu dem Zeitpunkt vor dem Skandal hatte ich halt so 80.000 bis 100.000 Euro im Monat verdient. Und da dachte ich so, ey, das kann man sich ja easy leisten, kein Problem, gönn dir jetzt damit was. Das Problem, was darauf aber aufbaut, ist, dass ich das ganze Geld, was ich für die Steuern zurückgelegt habe, in dieses Haus gesteckt habe. Neben den ganzen Kosten von eben und den Kaufnebenkosten, habe ich auch nochmal eine sechsstellige Summe vorausbezahlt, um nicht so einen großen Kredit nehmen zu müssen. Und die Bank hat trotzdem noch gesagt, Ach, sie sind also Influencer, ja? Naja, also normalerweise unterstützen wir keine Arbeitslosen, aber da müssen sie auf jeden Fall nochmal 100.000 Euro reinstecken, sonst übernehmen wir das nicht. Und no joke, die Freundin von einem sehr guten Kollegen von mir, deren Eltern haben 100.000 Euro Grundschulden auf ihr Haus aufgenommen, damit ich mein Haus überhaupt bekomme. Ich musste das dann aber an sieben Raten in so einen Bausparer einzahlen, damit die Grundschulden dann wieder frei sind. Das habe ich auch geschafft. Jetzt kamen allerdings die Steuern. Und vorher dachte ich mir halt so, Ach komm, wenn die Steuern kommen, dann zahle ich das ein paar großen Raten zurück. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich plötzlich gar kein Geld mehr verdiene. Ja, dann kam mein Skandal, mein Verdienst ging extrem runter und ich wäre fast in die Privatinsolvenz gerutscht. Denn statt 80.000 Euro gab es in den schlechtesten Monaten nur noch so ungefähr 13.000. Und klar, das ist immer noch eine Menge Geld, gar keine Frage. Wenn man aber laufende Kosten von über 10.000 hat für Kredit, Miete fürs Büro, Mitarbeiter, Auto und alles, was noch so dazu kommt, dann ist das auf einmal nicht mehr ganz so viel Geld. Abgesehen von den Anwälten, die ich die ganze Zeit zahlen musste. Bei meinem Anwalt beispielsweise habe ich in der Zeit wirklich fünfstellige Schulden gemacht. Einfach, weil ich nicht das Geld hatte, das Ganze zurückzuzahlen. Und auch meine Terrasse, die zu dem Zeitpunkt schon gebaut worden ist, konnte ich monatelang einfach nicht zahlen, weil ich kein Geld auf dem Konto hatte. Und so musste ich beispielsweise auch alle meine Aktien verkaufen. Teilweise natürlich auch mit Minus, weil das war ja gar nicht der Plan, die wieder abzuschieben. Und unter anderem hatte ich mir auch einen Bitcoin gekauft. Der lag damals beim Kauf bei 18.000 Euro und ich musste den verkaufen, wo der so bei 9.000 oder 10.000 lag. Also mit dickem Minus, weil ich einfach nicht anders konnte. Und jetzt hatte der einen Hoch von über 60.000, wirklich, es ist so bitter. Damals hat ja beispielsweise auch Manuel als Vollzeitangestellter bei mir gearbeitet. Und den musste ich irgendwann kündigen, weil ich mir das halt einfach nicht mehr leisten konnte. Ich habe damals ja beispielsweise auch immer in Streams gesagt, dass ich mein Büro jetzt abgebe, weil, ja, das ist viel zu groß und das braucht man überhaupt nicht. Und zugegeben, es ist vielleicht tatsächlich ein bisschen zu groß, aber das ist gar nicht der Grund gewesen. Ich wollte den Hatern einfach nicht die Genugtuung geben, zu sagen, jo, ich habe komplett verkackt, ich kann es mir nicht mehr leisten, ich muss hier so schnell wie möglich raus. Es gab sogar einige Besichtigungen, aber niemand wollte das Büro haben und jetzt habe ich den Vertrag auch verlängert. Und dann war die Kacke komplett am Dampfen, denn jetzt kamen dann irgendwann die Steuern ins Spiel. Ich muss für 2021 Pi mal Daumen so 350.000 bis 400.000 Euro bezahlen. Neben den ganzen laufenden Kosten und den niedrigen Einnahmen hätte es keinerlei Möglichkeit gegeben, das irgendwie zurückzuzahlen. Es wäre so gelaufen, dass ich den Bescheid bekommen hätte, dass Finanzamt hätte gesagt, gut, wenn du es nicht zahlen kannst, dann nehmen wir dir dein Haus weg. Das Auto musst du abgeben, das Büro musst du loswerden, deine Mitarbeiter müssen gefeuert werden. Und selbst dann, nachdem ich alles verkauft hätte, hätte es vielleicht gerade so gereicht, mit Glück, dass ich keine Steuerschulden gehabt hätte, aber höchstwahrscheinlich wäre ich in die Privatinsolvenz gerutscht, denn für 2022 und 2023 muss ich ja auch noch Steuern zahlen. In meinem Leben bestand halt Realtalk daraus, das Ganze so lange hinaus zu zögern, bis es nicht mehr geht, ich den Bescheid bekomme und alles verliere, was ich mir jemals aufgebaut habe. Auch für meinen Sohn wäre das logischerweise eine extrem stressige Situation gewesen, wenn du plötzlich von so einem Haus in so eine winzige Wohnung ziehen musst, weil sich der Vater einfach nichts anderes leisten muss, weil das ganze Geld ans Finanzamt geht. Dazu gab es dann letztes Jahr auch noch eine Hiobsbotschaft. Ich habe nämlich meinen Steuerberater gewechselt, denn der davor ist ziemlich Müll gewesen und das hat der Anruf dann auch gezeigt. Denn mein neuer Steuerberater hat mich angerufen und meinte so, yo bro, sag mal, kann es sein, dass der Steuerberater 2020 gar nicht eingereicht hat? Und ich war mir eigentlich zu 100% sicher, dass ich 2020 schon lange bezahlt habe. Das war aber falsch, das haben die einfach verkackt. Und ich konnte ja 2021 schon nicht zahlen und für 2020 waren auch noch mal so 100.000 Euro offen, die ich auch nicht zahlen konnte. Also das war wirklich der Moment, wo ich mir so dachte, gut, alles klar, das war es einfach komplett für mich. YouTube komplett unten, keine weiteren Einnahmen. Twitch lief zu der Zeit auch extrem schlecht. Ich hatte im Durchschnitt wirklich noch so 500 Zuschauer ungefähr, während es vor dem Skandal so 1500 gewesen sind. Egal was ich versucht habe, um meinen Kanal zu retten, egal was für Videos oder Streams, irgendwelche Möglichkeiten, ich habe wirklich alles ausprobiert, aber es gab keine Möglichkeit, meinen Kanal zu retten. Ich war einfach wirklich komplett tot und ich war kurz davor, alles zu verlieren, weil ich vorher auf großem Fuße gelebt habe wie Süditaliener. Doch dann kam der 9.5.2023. Aus dem Nichts gucke ich auf Twitch und Monte hat einfach random wieder auf ein Video von mir reagiert und zwar auf das damalige, was ich zu Mäus hochgeladen habe. Und seitdem hat sich mein Leben wirklich um 180 Grad gedreht. Ich habe das erste Mal wieder Plus-Abonnenten gemacht. Meine Klicks sind extrem hochgegangen und auch mein Ruf bei den Zuschauern hat sich seitdem enorm verbessert. Vor Monte hatte ich im Durchschnitt so 134.000 Aufrufe und jetzt sind es einfach 354.000. Junge, das muss man sich mal überlegen. Auf Twitch läuft seitdem auch wieder unnormal gut. Wir haben sauviele Streams, wo wir 3.000 bis 5.000 Leute sind. Letzten Freitag haben wir sogar einfach ohne Rate die 10.000 Leute geknackt gehabt. Und das alles nur, weil Monte sich irgendwann gesagt hat, ey, okay, wir haben eine Meinungsverschiedenheit, aber der Typ macht immer noch geile Videos, schauen wir mal rein. Und dafür bin ich Monte einfach wirklich unfassbar dankbar. Denn ohne ihn wäre wirklich einfach alles weg gewesen. Trotzdem natürlich ein paar Dinge, die ich mir überlegt habe. Also, ein neues Kaffee und Kuchen wäre mega. Ich will auf jeden Fall in die neue Zentrale und du musst mal wieder auf mich reagieren. Ich glaube, das hast du in letzter Zeit ein bisschen vergessen. Nein, aber wirklich Real Talk vom Herzen einfach einen großen Dank. Denn er hat mich vor der Privatinsolvenz gerettet. Er hat dafür gesorgt, dass ich mein Haus nicht verliere, mein Büro behalten kann und dass ich das Ganze hier so weitermache. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das werde ich dem im Leben halt nicht zurückzahlen können. An dieser Stelle aber natürlich genauso ein Riesendank an jeden, der meine Videos guckt und der mich unterstützt. Erstmal natürlich ein heftiges Doppelpiece an jeden, der mich halt nie deabonniert hat, der auch nach meinem Skandal in meinen Twitch-Streams dabei gewesen ist, sich meine Videos angeguckt hat und mir nie den Rücken gekehrt hat. Aber natürlich auch ein großes Dankeschön an jeden, der nach der Zeit irgendwann wieder zurückgekommen ist. Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut und ich kann auch jeden verstehen, der mich irgendwann mal deabonniert hat und der keinen Bock mehr auf mich hatte. Aber trotzdem ein großes Dank an jeden, der mir hier eine zweite Chance gibt. Und ich versuche euch natürlich zu zeigen, dass ich nicht so doof bin wie in dieser Situation. Allerdings bin ich KuchenTV, deswegen kann man das auch nicht so genau sagen. Ihr habt halt wirklich gefühlt mein Leben gerettet. Also jetzt nicht, dass ich mich umgebracht hätte so, auf gar keinen Fall. Aber ich wäre komplett am Boden gewesen. Wahrscheinlich wäre ich daran zerbrochen. Und momentan bin ich sogar auf Nindo, Platz 94, der größten YouTube-Creator in Deutschland, was die durchschnittlichen Klicks angeht. Da werde ich wahrscheinlich wieder rausrutschen, weil jetzt ganz viele Skandale und so weiter waren. Aber das ist momentan einfach heftig. Ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt kurz davor gewesen bin, wirklich alles zu verlieren, ist man irgendwie viel, viel dankbarer als vorher. Denn vorher hat man das irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Das war so, ja klar, die Klicks steigen, die Abonnenten steigen, man ist im Hype. Hey, das ist doch ganz normal. Ich bin ja auch ein cooler Dude. Eine Situation, die mir, glaube ich, für immer im Kopf bleibt. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Video über STRG F hochgeladen, weil die ein Video über Program gemacht haben. Und das hatte nach einer Stunde 47.000 Aufrufe, war aber zu der Zeit ein bisschen mit Abstand Platz 10 von 10. Ich war da gerade mit meinen Jungs bei mir ein Trinken, bin auf Toilette gegangen, sehe das so und dachte wirklich unironisch, Jiga, das war's. Platz 10 von 10. Das Video kommt gar nicht an. Du kannst deine YouTube-Karriere an den Nagel hängen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt noch weitermachen soll. Ich hatte Realtalk, danach so eine halbe Stunde einfach eine schlechte Laune. Wegen sowas. 47.000 Aufrufe, als wenn das so nichts wäre. Und jetzt wertschätze ich das Ganze einfach so krass, weil ich jetzt genau weiß, wie schnell das wirklich zu Ende sein kann, wie schnell man hier abstürzen kann und vor dem Nichts steht. Ich bin jetzt gerade in einer Situation, wo ein Video, was nach eineinhalb Tagen 240.000 Aufrufe hat, nur Platz 7 von 10 ist. Und das ist für mich, nach allem, was ich durchgemacht habe die letzten Jahre, das ist einfach krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich bin so glücklich einfach momentan und deswegen einfach wirklich ein Riesen-Dankeschön an jeden. 2020 konnte ich jetzt komplett bezahlen. 2021 reichen wir jetzt erst ein. Und ich weiß, viel zu spät, aber ich hatte vorher nicht die Möglichkeit. Ich habe halt wirklich eigentlich per Coinflip gelebt, denn ich muss natürlich jetzt Strafzinsen darauf zahlen. Was allerdings besser ist, als sein Haus zu verlieren. Aber auch da bin ich sehr gut dabei und zahle jetzt schon monatlich was ein. Und da habe ich jetzt genug Möglichkeiten, das Ganze zurückzuzahlen, ohne dass ich wirklich alles verliere. Ihr habt dafür gesorgt, dass ich dieses Leben weiterführen kann und auch, dass mein Sohn dieses Leben weiterführen kann. Ja, und da wirklich vom Herzen einfach vielen lieben Dank. Und ja, ich hoffe, dass wir in eine gemeinsame Zukunft blicken. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach ein großes Dank an jeden. Ich wollte hier einfach mal so ein bisschen Realtalk raushauen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns bis dann. Okay, thanks, bye. Okay.